Guck mal, eigentlich muss Antonio das hier machen, hier schön aufholen. Das machen wir, die wir gekocht haben wie Schweine. Oh mein Herr, setz dich mal. Schau mal her, Silvio. Der schaut hier Katastrophe aus. Ich kann selber so nicht leben. Sonst werden die Leute noch glauben, wir sind dreckig oder sowas, aber eigentlich sind wir ganz saubere Sportler. Habe ich noch eine Kirche? Ja, ich sehe. Wir haben heute verkocht. Das heißt, du musst Schiss putzen? Ja, leider, Bruder. Das sind die Regeln. Das kommt in die Hände. Schön, nach langer Zeit, die zu sehen, dass sie aufräumen. Ich räume gar nichts auf. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, ich räume nicht auf. Ich habe gestern alles gespült. Es soll weniger reden, den sollen wir machen. Man darf ein schlechter Verlierer sein, Bruder, mal. Warte, 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 warte. Bruder, lass mich den Bruder einfach mal. Nein, guck mal Leute, ihr müsst das so verstehen. Ihr könnt nicht. Wenn irgendwie irgendwas dreckig ist, ist doch kein Problem. Verlierer Team räumt auf, aber macht doch nicht mit Absicht. Hey, warte mal kurz. Ich habe ein wenig aufgeräumt, damit es nicht so schlimm ausschaut. Was ist das so schlimm? Was ist das so schlimm? Das ist das so schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020